Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video werde ich zu Fuß zu HZ Deluxe hin und wieder zurücklaufen. Normalerweise wäre ich mit dem Bus zu ihnen gefahren, aber seit Mittwoch gilt ja im Bus und Bahn die 3G-Regelung. Und da ich weder geimpft noch genesen bin und ich auch keinen gültigen Test habe, bin ich leider gezwungen zu Fuß zu laufen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, ich habe jetzt meine Wohnung verlassen und guck mal was ich in meinem Briefkasten gefunden habe. Das hier. Ich habe anscheinend Fanpost erhalten. So, ich laufe jetzt entlang der B73. So, ich bin jetzt am Bahnhof Harburg angekommen. Hier seht ihr die Busanlage. Auf der anderen Seite seht ihr das Phoenix Center. Und ich muss in diese Richtung weiterlaufen. So, in Kürze erreiche ich die Wohnung von HZ Deluxe. So, ich bin jetzt bei HZ Deluxe zu Hause. Und guck mal was für ein Ehrenmann er ist. Er gibt mir zwei Tüten mit Lebensmittel. Da sind unter anderem... Oh, das fokussiert jetzt gerade nicht. Ach jetzt. Da sind gerade 17 Joghurts drin, 14 Müllermilch und noch ein paar andere Sachen. So, bitteschön. Dankeschön. So, ich befinde mich jetzt gerade auf dem Weg nach Hause. Und ich würde sagen, wir sehen uns wieder, wenn ich zu Hause angekommen bin. So, ich bin zu Hause angekommen. Im Hintergrund seht ihr die beiden Tüten und den Korb. In dem Korb ist die Fanpost drin. Die werde ich im nächsten Video öffnen. Das war es jetzt an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video unterhalten. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wartet noch. Oh!